Hallo ihr Lieben, da ja jetzt hier ganz viele neue Leute hinzugekommen sind, wofür ich unglaublich dankbar bin und worüber ich mich sehr, 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 sehr freue, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen auf Frau Farbenfroh. Dachte ich, es wäre Zeit für eine Q&A-Runde, weil gerade die Neuen, die kennen uns hier natürlich noch nicht so gut und auch die, die mir schon lange folgen, haben sicherlich die eine oder andere Frage. Deswegen lade ich euch dazu ein, unter diesem Video in die Kommentare Fragen zu schreiben. Die ich dann nächste Woche in einem Q&A-Video beantworten werde. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Fragen, stellt auch sehr gerne etwas andere Fragen. Ansonsten, wenn ihr Themenvorschläge habt, auch immer gerne rein unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal in einem Vlog und dann in einem Q&A. Bis dann, tschüss!